Herzlich willkommen zu den Demonstrationsvideos von WhatTheFoto. Zuallererst möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über das Interface unseres Clients geben. Im Hintergrund läuft bereits der Server, sodass wir uns mit dem Client direkt verbinden können. Nach dem Start der Anwendung bekommen wir das Login-Fenster und die Konsole zu sehen. Die Konsole enthält Debug-Ausgaben, die wir für unsere Demonstrationszwecke nicht brauchen. Deswegen können wir sie ausblenden. Ich logge mich nun mit einem Standard-User ein, um die Bedienelemente des Interfaces zu erklären. Der Username ist A und das Passwort ist A. Die Broker-URL bezeichnet den Server, auf den ich mich verbinde, in dem Fall Localhost, weil hier auch der Server läuft. Nach dem erfolgreichen Login öffnet sich die Anwendung in einem Bildschirm füllenden Modus. Folgende Elemente stehen zur Verfügung. Links oben befindet sich die Menüleiste. Je nachdem, mit welcher Rolle ich eingeloggt bin, habe ich hier unterschiedliche Menüpunkte. Durch einen Klick auf einen Obermenüpunkt öffnet sich das Untermenü. Rechts oben habe ich die Option, die Anwendung zu minimieren oder die Anwendung zu beenden. In diesem Bereich, den ich durch einen Klick auf das Ordner-Symbol ausfahren kann, befinden sich die mir zur Verfügung stehenden Lightboxen, die ich mit einem Doppelklick öffnen kann. Die Fenster einer Lightbox kann ich frei verschieben und skalieren. Mit einem Klick auf das X schließe ich sie wieder. Durch einen Klick auf das Ordner-Symbol schließe ich den Slider wieder. Hier unten drunter befindet sich unsere Suche. Über die Suche kann ich in der gesamten Bilddatenbank nach Fotos suchen. Jedes Foto kann ich durch einen Doppelklick im Fullscreen-Modus betrachten. Über die Navigation kann ich in der aktuellen Liste die Bilder durchgehen. Über den Zoom hier unten kann ich das Bild vergrößern. Mit einem Mausklick kann ich mir Details zurechtziehen. Über das X schließe ich die Vollbildansicht wieder. Fotos haben auch ein Metadatenpanel. Das öffne ich durch einen Rechtsklick. Hier sehe ich Eigenschaften des Fotos. Über die Navigation hier unten kann ich in der Liste blättern. Soweit zur Übersicht. Kommen wir nun zu den rollenspezifischen Funktionen des Clients. Ich logge mich dazu wieder aus. Ich denke du jetzt zum nächsten Mal. Ich mache die inherent wenigstens. Ich gebe mich.